Wenn ich Federn habe, wo sind denn die ganzen Federn hin? Achso, die muss ich erst reinlegen. Wo wart ihr auf der Karte? Bin ich jetzt verkehrt? Wir liegen, pass auf, Worte. Wir sind bei I, bei I, oder muss ich mal versuchen, I5. Alles klar. Oh, hier Eisenpfeile. 30 Stück. Na klar. Nee, da finde ich jetzt gar nichts. Du kannst mal richtig googeln nach verstärktem Leder. Kann es sein, dass es dicke Leder? Also ja, es könnte natürlich auch sein. Nee, nee, das machst du aus normalem Leder. Da kommt noch was dazu. Also müssen wir erst dickes Leder machen? Nee, normales Leder. Und dann... Oh nein, jetzt. Aber das sieht doch so aus wie das, was hier drin ist. Warte mal. Das sieht doch aber aus wie normales... Hä? Das stimmt doch was nicht. Jetzt kommt der so hoch noch. Keine Ahnung. Leder? Das sieht doch genauso aus. Aber nee, das sieht nicht so aus. Das ist doch scheiße. Nee, nee, da hast du kleine feine Unterschiede dran. Das ist doch alles Mist hier. Das versteckt das Leder, das ist doch. Das kommt aus der dicken Haut. Wie viel brauchst du denn? Ne 10 bräuchte ich. 10 kriegt man nicht hin, wir haben noch 6. Die dicke Haut hast du ja von den... Quitschi, darf ich mal jemanden einladen aus dem Clan? Klar, klar logisch. Musst du nur vorschlagen, kann man mitholen. Hast du noch dickes Leder irgendwo, Quitschi? Nee, aber der Ossi könnte doch dicke... Dicke Haut meinst du? Dicke Haut, ja. Warte, ich lade ihn erstmal ein. Ich geh mal kurz aus der Party raus, oder? Einladen, vorgeschlagene Spiele, Wanderlei. Tack! Das ist mein Clan-Chef. Alles klar. So, geh mal hier hin, das nehmen wir raus. Kann man gleich die Kapitulation besprechen. Die feindliche Übernahme, ja. Hallo. 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 Hi. Und willkommen im Stream. Genau. Wir sind live on YouTube. Und Twitch. Und Mixer. Und Facebook. Voll nie aus. Voll nie aus, das war gut. So, noch ein Hummer essen. Was macht man gerade? Ähm, ich geh gerade auf I5, da sitzen die zwei Jungs. Und dann wollen wir ein bisschen helfen, halt Seide fahren und sowas. Und verstärktes Leder. Also dicke Haut, Ossi. Okay, pass auf. Äh, wie sowas aussieht, haben wir sieben verstärkte Leder. Ossi, hast du noch verstärktes Leder einsteckt? Oder dicke Haut zumindest? Nee, hab ich alles zuhause rausgeschmissen. Oh. Kannst du mal den Tim fragen, ob er dir was mitbringt? Tim? Was brauchst du denn? Ich wollte... Ich wollte nämlich einen Bogen bauen, weil ich gerne Bogen schießen möchte. Wie viel hast du gesagt, was wieder brauchst du denn? Also noch drei. Wir haben gerade sieben, kriegen wir selber hin grad. Ja, okay, jetzt kann ich das mitnehmen. Dankeschön. Das ist toll. Achso, wir können... Das stimmt, wenn wir jetzt in ihrem Clan wären, nicht mal mit einem Bett würde das funktionieren, dass ihr euch zu uns rüber beamt, nicht? Nee. Nee. Müsste ja irgendeine Bettrolle da sein. Das einzige wäre nur, dass wenn man im gleichen Clan ist, dass man die anderen als Punkt auf der Karte sieht. Ja. Ja. Hm, dann war es vielleicht so gut. Das finde ich jetzt so noch. Was macht man denn eigentlich mit diesem Kuppersichtumst Trophäe hier mit dem hässlichen Schnabel... Schuh-Schnabel-Kopf? Den kannst du beim Präparator machen und dann an die Wand hängen. Ach, den schmeißt du erstmal hier in die Kiste rein. Dann brauchst du das schon, weg damit. Ich, ich sammle die. Der Seil ist voll, als Tiko. Kannst du auch so Kiste nehmen. Ich komm doch gar nicht rein. Kann man nicht, ne? Hm. Wo seid ihr auf I-4? I-5. I-5. I-5, okay. Warte mal, also der Boss, der Ossi könnte uns ja glaube ich in den Clan einladen, ne? Wir könnten rein theoretisch ja eine Clan-Fusionierung machen. Jetzt müssen wir den Chef von Clan ganz verfallen. Du bist der eine Chef, da ist der andere Chef und dann... Ich bin vielleicht nur zwei, aber... Du kannst die Chef unter sich ausmachen. Wir sind zwei, ja. Mehr sind wir nicht geworden bisher. Ja, ich wäre damit einfach dann eigentlich. Entschuldigung. So kann man ja auch... Aber dann weiß ich... Wie lange ich gut dazu sagen müssen, wir sind halt ähm... Nicht sehr präsent, sag ich mal. Genau, wir spielen jetzt nicht so... Also, wir spielen schon länger als Ossi und ich bin Stufe 20. Okay, läuft. Ihr macht das richtig. Ja, wir kümmern uns um unsere Frauen und unsere Familien, so nebenbei. Genau. Genau. Und dann noch was für den Hut und Fritsch. Also, ich hab noch mal gefunden. Okay, cool. Was hast du gefunden? Die Spinnen. Die Spinnen. Ah, okay. Die eure Seite. Ja, Mann. Yeah. Schon mal etwas Gutes. Mann, die läuft mir immer noch hinterher, das Mistvieh. Hau doch mal ab jetzt. Wir haben dich ja lieb, Johan und Knuddel. Aber wir haben das ja... Ja, schon. Ich hab jetzt hier siebenmal verstärktes Leder. Das heißt, das wär schon fast so weit, dass ich den Bogen bauen kann. Oh, wie geil. Ja, 3 konnte noch. Ah, 17. Cool. Ich brauch... Ich brauch... Ja, ich brauch 10. Ich dachte, jetzt hab ich schon gedacht, ich sag was falsch gesagt. So. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt so richtig geile, phänomenale, supergeile Rüstung habt, ne. Wird uns bestimmt auch freuen, wenn ihr uns einfach so einen Bogen allerhöchster Güte... zukommen lassen. Ich bin ja nicht in der Nähe von zu Hause. Da gibt's nur den kleinen... Da gibt's nur den kleinen Finger, da will er die ganze Hand haben. Ja. Ich dachte, das könnte das vorankommen in bisher 30 Stunden. Ja, ja, ja. Ich könnte dir... Ne... Ich wollte dir die Dachenknochen oben angieten... Ne, ne, ne. Boah, das glaubt aber doch nix, weil ich hab diese Drachenseele nicht mehr erlangt. Ne, alles gut. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn wir uns selber ein bisschen damit beschäftigen, da... Ich koch dabei mal ein paar Fische. Ein paar Hummer, mein ich. Oh, Mann. Hab ich doch schon gemacht. Hast du die Hummer alles schon reingeschmissen, ja? Ja. Wieso, es ist nur noch aufnehmen. Dann haben wir, was haben wir denn alles? Was könnten wir jetzt noch an den Fischen hier rausnehmen? Hast du alles rausgenommen hier? Alles, was da war. Gut, wir haben noch die gekocht. Wir könnten noch Schalentiere machen. Ah, die bringen aber nicht so viel. Nur die Hummer. Nur die Hummer. Der Rest bringt nix. Dann können wir den Rest einfach wegschmeißen, meinst du? Ne. Da warte ich ja noch auf mein Level, dass ich schon die Presse machen kann. Ah. Weil dann brauch ich keine Kohle mehr. Okay, dann wär ich dieses Gelumpen, weil ich hier drinnen lassen einfach. Genau. Ich wollte jetzt schon kochen, aber das geht natürlich nicht. Unappetitlich stand da. Ja. Den den schmeißt du mal bitte in die Presse dann später rein. Die was? Den unappetitlichen Fisch. Ja, das hat er vorher gerade gesagt schon. Ja, ja. So. Alles für die Presse. Aber wo Presse? Wir haben immer noch kein neues Baby gefunden. Jetzt haben wir... Hm. Jetzt haben wir ein Krokodil-Baby noch gekocht. Wie stark ist denn so ein Krokodil, wenn man das jetzt mitnimmt? Wird das gleich umgebracht vom nächsten Gegner? Nö, nö, nö. Die halten schon was aus. Maki meint ja. Mh. Oh, wir müssen doch wieder Eisen fahren. Nö, nö, nö. Nö, nö. Okay, jetzt haben wir hier gekochten... Gekochte Exotische Schalentiere. Das ist schön, das ist gut. Heißt 43, das passt. Was ist das denn? Was ist das denn für mich? Wie grillt das Steak? Hau rein. Oh, ich bin gleich Stufe 21. Wow, 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 da kommen wir richtig voran heute hier. Was? Was ist denn bei mir kaputt? Ich bin aber noch 22. Dann, du... ... du neppelst nicht mehr. Ich bin erst... Ne. Weil ich immer die Kills abstauble. Daran liegt es. Ich geh mal... Ich geh mal oben. Ich geh mal oben auf eine Ausguck, ich schau mal, ob ich den Bossi irgendwo, den Bossi, den, den Bossi irgendwo angelaufen kommen sehe. Ihr wart ja auf sieben, ne? I5. Da bin ich doch. Oder? Na warte, pass auf. I5, dann siehst du da ein Haus auf dem Stein stehen, das sind wir. Relativ hohes Haus. Ich muss mal kurz, ich bin unten beim Fluss gerade gewesen. Dann pass auf, wenn du am Fluss bist, wir können auch zum Wasserfall kommen und dann können wir uns treffen. Warte, pass auf. Ich bin da rausgeflogen, ne? Aus dem Spiel? Ja, CE-Fehler. Ja. Pass auf, warte mal, du bist am Fluss unten, wenn du am Fluss langläufst, findest du unsere Fischfalle. Unser Haus mit Fischfalle. Kurz vor der großen Mündung. Kurz vor der, es ist ja, kurz vor der großen Mündung. Also, hier ist ein Haus, bevor es ins Meer geht. Also, auf jeden Fall ist hier ein Haus. Kennst du den einen Tempel, der da in der Nähe ist? Wo die drei Brieße rumhocken? Ich seh dich, ich seh dich. Ach, siehst du? Gut. Soll ich da mal ein Pfeil rüberschießen? Na, sind Pfeil rüber. Da geht's auch mit dem Windsegel oder was? Hast du ein Pfeil gesehen? Ja, ja, der ist hier. Ja, und da musst du dir, du rufst in die falsche Richtung. Der ist an dir vorbeigeflogen. Ich hab Pfeil hingesammelt. Achso. Siehst du mich jetzt stehen? Leider, ich hab dich gesehen, da links, auf der Ecke. Aber, hätte keiner gedacht, dass ich mir den Pfeil fast getroffen hab, war? Also, in der Weise bin ich ja nicht so gut im Zielen. Ich hab ja auch gestanden in der Szene. Bin wieder am Reinladen. Oh Mann. Boah, gehen aus, du. Jetzt kann ich wieder nicht klettern. Brauchst du nicht, weil du brauchst nur hier hinten an dem Haus rausgehen. Guck mal hier. Alles klar. Und guck mal, da ist mein Altar von hier, Ymir. Das ist der hier. Den hab ich auch. Okay. Aber da kann ich auch nichts weiter dran machen. Und da drüben ist das Haus von uns. Hier das, wo die komischen, weiß ich auch nicht, was das hier da ist, dass es davor steht. Frauen mit Sperren in der Hand. Da ist vorn drin sind Soldaten, da ist hinten drin sind Frauen. Ja. Pass auf, Quitsch. Ich leg dir mal wieder ein paar Pfeile raus. Aber passt. Okay, danke. Dann hab ich noch, ich weiß ja nicht. Ich muss mal durchgucken. Ich hab jetzt einfach mal alles mitgenommen. Oh, ich bin gleich, gleich bin ich über... Ja, du bist überlastet. Alles klar. Du kannst ja trotzdem laufen. Ja, laufen. Nenn's mal nicht laufen. Ich guck mal, was das hier ist. Warte, 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 guck mal, was das hier ist. Ich hab hier ein Schwert. Was ist das? Ein Zweihänder? Ein langes Schwert. Aber wie er alles kann, mein Haus einfach runter macht. Gesundheitsschaden 27. Warte, ich guck mal, was mein aktuell ist. Oh. Komm, ich hab's unterwegs schon gehabt. Ich kann's gar nicht tragen. Das ist doch kaputt. Meinst du, kaputt? Äh? Nee, halt, ich hab den falschen Job gedrückt. Warte, so. Also, das macht auch 27 Schaden. Genauso wie mein Schwert. Das ist das Gleiche. Okay. Ach, Quatsch, das stimmt nicht. Das hat 16. Aber man sieht das ja gar nicht. Das vergleicht's ja gar nicht richtig, ne? Nee. Okay. Das hab ich erst mal gegönnt. Das andere pack ich dann also rein. Das andere hat er da vorgebaut. Das hat sich viel Mühe gegeben. Schau mal hier. Schwarzer Kerzenstummel. Kannst du zum Beispiel in die Presse reinschmeißen, kriegst du auch wunze Kiel. Okay. Darfari Beinschielen aus Haut. Rüstungswert 4. Ja, die kannst du zerlegen und dann hast du Materialien da. Okay. Wie ging das so zerlegen? Ganz so wegschmeißen. Nein, da gibt's eine Demontagebank. Okay. Dafür. Nein, haben wir noch nicht. Okay, warte. Ich renne mal jetzt hier hoch die Treppe. Ich renne. Na, na. So jetzt kann ich schweinieren. Ich bin schon außer Atem. Puh. Das ist der Dreck ist, wo du dich erleichtern kannst. Ich hau mal alles drin, was jetzt hier so. Ich bin ja schon alleine von den Pfeilen überladen. Ich bin begeistert. Du, Wache. Wache. Hallo. Bist du am Schlafen? Schau mal, wo er da ist. Ein Eindrück. Oh, schnapp. Ach, ihr pennt doch alle. Das ganze Spiel pennt doch. Ihr pennt doch einfach alles. Ja. Warte mal. Schau mal, jetzt haben wir eine Konferenzzahl oben. Da können wir dann oben die Kapitulation von Ihnen besprechen. Guck mal, ich hab ihn jetzt einfach mal geblendet. Er kann nicht mehr Wache machen. So, jetzt ist er auch. Hier, siehst du, guck er mir. Guck dir sein. Der hätte Lust, wo ich wieder start. Siehst du das? Ja. So ein Ferkel, du. Oh Mann. So, das hauen wir da rein. Die Stürme hauen wir da rein. Die Socken hauen wir da rein. Da brauchen wir die Socken und Steine. Hauen wir da rein. Ich hau einfach. Dafür müssen wir die Kisten sortieren. Das geht so nicht. Das bringt nicht alles hier. Scheiße, das hat eine Wache ringsgezogen. So, jetzt gebe ich mal. Das Schwert lege ich auch hier rein. Dafür. Ich habe jetzt ein neues Schwert bekommen gerade. Guck mal. Ja, ich habe ein neues Schwert bekommen. Das war Zufall. Guck mal hier. Willst du es haben? Du bist doch der Nahkämpfer von uns. Ja, passt schon. Geh mal eine Runde Kaffee trinken. Genau, komm. Wir gehen jetzt da. Wir warten jetzt. Wo ist eigentlich unser andere Klan-Boss? Ich bin auf dem Weg. Warte, der ist fast da. Der ist hier. Der fällt da weg. Genau. Dann nehmen wir einen Platz hier. Guck mal eine Runde Skatspiel. Warte, ich schmeiß die Karten auf den Tisch. Warte, ich muss doch was sehen. So, und jetzt könnt ihr nicht mehr spielen. Wir haben keine Nacktheit an. Nee, wir haben das bewusst ausgemacht. Weil wir wussten schon, wir haben letztens auch schon mal gespielt hier im Livestream. Und dann ist irgend so ein Typ, der tatsächlich erst mal sich nackig macht. Da muss ich gleich hinterher erst mal zensieren. Bubi-Sensor. Smileys drauf machen. Michaela Suat ist auch da. Morgen. Michaela, herzlich willkommen. Und Reaper ist auch immer noch dabei. Reaper könnte natürlich auch Konen spielen. Also, hey, Putsch, ich bin mal ein Benehmen. Helm ausziehen, bitte. Ja, ich bin doch schon dabei. Hey, hey, hey. Warte, hier, was auf. Guck mal, wie ich aufgehe ohne Helm. Genau, geht doch. So. Oh, guck mal, da sind wir. Alle vollzählig. Was ist das? Das ist unser Helfer. Das ist eurem. Ach, wie ist das? Jetzt rennt doch wieder weg. Ist das doof? Mann, ey. Da wollte er mit uns gerade spielen. Voran an einem Meter. Nee. Was macht der da? Nein, das ist, weil ich da bin. Eigentlich würde er mich jetzt im PvP angreisen. Saubere Sache. Jetzt rennt er schon wieder hoch. Nein. Dafür haben wir den. Dafür haben wir den. Ist ja gut so. Ja. Ich habe immer noch so einen Schottenrock an hier. Nein, ein Griechenrock ist das ja mehr. Da wollte ich gerade sagen. Mir gefällt die Uniform als auch die Idee. Von der Rhythmischen Deku. Saubere Sache. Ist deine Frisur so gewachsen oder ist das von Anfang an so eingestellt gewesen? Die ist so. Die ist so. Das ist ja, bei Arc wächst die, glaube ich, ne? Quitschi, du kannst, einer von euch kann langsam mal runtergehen. Der ist nämlich gleich da. Der betritt jetzt das Feld. Ja, ist doch okay. Achso, weil er zur Türe nicht reinkommt. Warte, warte. Richtig. Ja, normalerweise geht es doch immer nicht der Chef runter. Ja, passt schon. Dann bin ich halt Chef. Ich will nicht auf dem Tisch. Obwohl, weißt du, was ich jetzt machen kann? Hopp. Kannst du auf dem Tisch tanzen, ne? Jetzt hatte ich auch. Zieh, geh dich aus. Zieh, geh dich aus. Warte, das ging auch noch. Jetzt haben die da oben ihren Spaß und ich stehe hier vor uns, ne? So? Die machen da oben schön Swinger-Party. Oh, Mann. Hey, ist das zu glauben, ist das zu glauben. Kaum ist er aus dem Raum, haben die ihren Spaß. Darf mir gefällst. Das sieht so bescheuert aus. Wirklich. Ich schieße einfach mal mit einem Pfeil in die Luft. Mal, so aus Spaß, mal gucken. Guck mal, wie weit ich so schießen kann. Oh, Alter. Der schießt aber wirklich weit, ey. Das macht echt einen Unterschied. Was habe ich jetzt für Pfeile genommen? Die Eisenpfeile habe ich jetzt genommen. Wenn du das Schießen gedrückt hältst, dann ist es jemand. Ja, da. Du meinst, wenn ich den Bogen spannen, meinst du? Gedrückt hält. Dann kriegst du vorne, siehst du den Pfeil, so goldene Aufklinken. Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Also, volle Spannung und vollen Schaden machst du dann. Aber die Ausdauer geht dann auch runter. Ja, das ist normal. Ja, aber du machst mehr Schaden, als wenn du die so lari-pari schießt, sag ich mal. Stimmt. Was ist denn das da für ein Schattenfehler, ey? Oh, die Sonne scheint an den Himmel hochzukommen. Herr Quietsch, wir warten auf dich. Ja, ja, ich komm schon. Zum Pokerabend. Bring mal Kaffee mit. Also, hier sind die schwarzen Legion, ne, wie man sieht. Die schwarzen Legion. Die schwarzen Legion. Krass. Wer von euch möchte das gehabt, wenn wir Leder haben? Wenn man da rumsteht, dann würde ich jemanden, der da rumsteht. Der da rumsteht, ja. Sag mal, was ist denn hier los? Ossi, du sitzt ja, was machst du unter dem Stuhl? Tja, sitzen. Das ist ja richtig. Pass auf, ich kann doch nett sein. Pass auf. So. Danke für das Leder. Kein Problem. Pass auf hier, jetzt hast du auch deinen Spaß. Da willst du, was soll ich denn sagen? Irgendwie, das ist doch... Äh, hallo? Die Schatten stimmen doch irgendwie nicht hier. Da stimmt doch was mit den Schatten nicht. Warte mal, ich komm da mal näher ran. Warte mal, hör mal näher ran, komm da. Ey, ich fang's bis zum Schatten. Ey, ich fang's bis zum Schatten. Ja, ich fang's bis zum Schatten. Vielen Dank.